Hallo liebe Freunde, ich bin ESA-Astronaut Matthias Maurer, zurzeit im Training in den USA. Heute möchte ich euch erzählen, wie wir Astronauten uns auf einen Außenbordeinsatz im Weltraum vorbereiten. Arbeiten in Schwerelosigkeit wie im Weltraum lässt sich auf der Erde am besten unter Wasser trainieren. Daher hat die NASA die komplette internationale Raumstation in Originalgröße in einem riesigen Becken nachgebaut. Fast 25 Millionen Liter Wasser passen hier rein. Der Trainingstag beginnt für mich sehr früh. Um 5 Uhr stehe ich auf und frühstücke kräftig, damit ich Energie für den langen und anstrengenden Tag habe. Gegen sechs fahre ich dann los und bin spätestens um halb sieben vor Ort. Bevor wir mit dem Training beginnen, müssen wir alle Werkzeuge und Geräte vorbereiten, die wir für unseren sechs Stunden Einsatz unter Wasser benötigen. Wenn man Werkzeug vergisst oder dieses nicht richtig funktioniert, hat man später unter Wasser bzw. im Vakuum des Weltraums ein Problem. Daher schauen wir alles gemeinsam mit unseren Trainern durch und üben auch noch einmal den richtigen Einsatz des Weltraum Akkuschraubers. Dieser kostet übrigens mehr als ein Kleinwagen. Heute trainiere ich mit meiner NASA-Astronauten-Kollegin Keiler. Dieser Anzug hilft uns dabei, trotz der schweißtreibenden Arbeit eine halbwegs angenehme Temperatur in unserem Mini-Raumschiff zu behalten und die Feuchtigkeit abzuführen. Der Anzug selbst ist sehr schwer und sehr komplex. Er besteht aus einer Hose mit Stiefeln, in die wir als erstes hineinrutschen. Dann geht es zum Oberteil. Alleine würde ich es nie schaffen, mir den Anzug anzuziehen. Daher sind wir Astronauten auf der Erde auf die Unterstützung von vielen Experten angewiesen. Die NASA hat Spezialtechniker für den Anzug, für die Werkzeuge, für die Anlagen unter und über Wasser, Taucher und Trainingsprofis. Alles ist streng überwacht und kontrolliert, damit wir Astronauten sicher üben können. Einmal im Anzug folgen die Mütze mit Kopfhörer und Mikrofonen, dann die Handschuhe und zuletzt der Helm. Dann wird der Anzug aufgepumpt und unter Druck gesetzt. Erst dann werden die Werkzeuge befestigt. Zu guter Letzt die Ballast- bzw. Schwimmkörper, die wir im Weltraum in Schwerelosigkeit natürlich nicht benötigen. Diese sind ja nur für das Unterwassertraining. Im Weltraum müssen wir Astronauten dann in der Lage sein, alleine klarzukommen. Das ist nicht einfach und daher hilft nur eins. Trainieren, trainieren, trainieren. Gegen 9 Uhr geht es dann endlich los. Mittels Kran werden Keiler und ich ins Becken gehievt. Mit Anzug wiege ich locker 200 Kilogramm. Viel zu viel, um ohne Hilfe ins Wasser zu springen. Jetzt fühle ich mich schon fast wie im Weltraum. Vor mir liegt die ISS in Originalgröße. In Gedanken gehe ich noch einmal den heutigen Trainingsablauf durch. Heute ein defektes Pumpenmodul, was wir ausbauen, wegtransportieren und durch eine neue Pumpe ersetzen sollen. Damit ich im Weltraum nicht verloren gehe, bin ich immer mit Sicherungsleinen an der Station befestigt. Arbeiten in Schwerelosigkeit geht auch besser, wenn man die Füße in einer Halterung hat. Ähnlich wie beim Skifahren. Hier muss ich mich blind mit dem großen Anzug einklicken. Das ist nicht immer ganz einfach. Dann nehme ich den Akkuschrauber und löse die Schrauben. Ähnlich wie beim Heimwerkeln zu Hause. Nur dauert das alles im Weltraum viel länger und muss auch angesallt sein, damit nichts wegdriftet und dann zu Weltraumschrott wird. Nach der Pumpe tauschen wir noch eine Kameraanlage aus. Kyla ist hierbei im robotischen Arm unterwegs. Ich reiche ihr die Ersatzteile. Bei Problemen müssen wir uns blind aufeinander verlassen können, denn wir sind ja nur zu zweit dort draußen im Weltraum. Daher üben wir auch immer die Rettung des Partners. Heimlich flüstern mir die Ausbilder über Funk zu, dass ich mich bewusstlos stellen soll. Kyla muss das nun merken, obwohl sie mich nicht sehen kann und dann innerhalb einer halben Stunde sicher in die Station zurückbringen, ohne dass ich sie hierbei unterstützen darf. Eine solche Rettung ist unglaublich anstrengend und kostet dem Retter fast sämtliche Kräfte, die uns am Ende des intensiven 6-Stunden-Trainings noch bleiben. Ich als zu retten dahingegen genieße diese kurze Pause zum Durchschnaufen, denn ich weiß genau, dass der Trainingstag nicht zu Ende geht, ohne dass auch ich eine Rettung durchführen muss. Am Ende haben wir es dann beide geschafft und gegen 15 Uhr sind wir zurück am Beckenrand. Jetzt eine warme Dusche und dann auf zum Auswertungsgespräch mit den Ausbildern, die uns während des Trainings genau auf die Finger geschaut haben. Ihnen entgeht kein Fehler von uns, dank der vielen Kameras, die die Taucher mit sich führen. Gegen 17 Uhr darf ich dann endlich nach Hause. Morgen ist dann wieder ein normaler Trainingstag. Aber das ist ein Thema für einen neuen Clip. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.